Wer sie missachtet, wird bestraft, etwa mit Prügeln auf den Unaussprechlichen bei Auflehnung gegen die Herrschaft. Dieben und Mördern droht der Galgen. Frauen werden für schwere Vergehen wie Verhexung enthauptet. Für die klösterliche Gerichtsherrschaft leisten die Untertanen Frohendienste. Dazu zählen die Bewirtschaftung der Klostergüter, Holzfuhren aus den Forsten oder Weinfuhren vom Bodensee nach Schussenrieden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020